Hey Hero Maniacs, hier ist Sascha und heute gibt's mal was Neues auf dem Kanal. Ich meine, ich schaue mir ja teilweise auch an, was andere Kanäle machen, was Communities vielleicht bindet und was für euch ganz interessant sein könnte. Und deshalb kommen wir heute zum Ersten. Ihr fragt mich oder Sascha beantwortet Community-Kommentare, wie man es auch immer nennen möchte. Ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Also ihr habt die Möglichkeit, mir im Kommentarbereich alle Fragen zu stellen, die ihr mir fragen wollt. Sei es zur Technik, sei es zu meinen Reihen, sei es zu allgemeinen Sachen, was für Serien schaue ich gern, was spiele ich momentan, wie hat mir Spiel XYZ auf der Gamescom gefallen. Also was ihr mir fragen wollt, könnt ihr mich fragen, privat, bezogen auf Highscore Heroes. Ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten und ja, wenn das Ganze gut anläuft, dann werde ich das jetzt mal häufiger machen. Also eure Chance heute, mich zu löchern. Wir haben sowas vor, jetzt lass es mir nicht lügen, vor einem Jahr, glaube ich, schon mal versucht. Damals haben Benjamin und ich so eine ähnliche Aktion geplant und damals kam es einfach nicht anders, es kamen keine Fragen. Also ich hoffe, dass es diesmal besser ist, weil ich sehe es mal als so ein kleiner Testpilot. Wenn es funktioniert, wird es sowas regelmäßiger mal geben, auch so vielleicht als Special zu bestimmten Spielen oder was weiß ich nicht was. Also ich hoffe einfach, dass Interesse da ist. Und bisher gab es ja, also ich sehe ja immer wieder, es kommen unter den Videos einfach mal Fragen. Letztens fragte irgendjemand, bist du eigentlich russischer Herkunft? Und da sagte ich, wie kommst du denn da rauf? Dann kam er darauf, weil mein Name halt Sascha ist. Und solche Fragen gibt es halt immer wieder unter einzelnen Videos. Und hier gebe ich euch wirklich mal die Chance, mich zu löchern. Keine Frage muss euch peinlich sein. Wenn eine Frage natürlich komplett übers Ziel hinausschießt, werde ich dementsprechend darauf antworten. Ich glaube, das könnte relativ spaßig werden. Ja, also eure Chance, einfach mal mich zu löchern. Und ja, worauf wartet ihr eigentlich? Warum seid ihr nicht in den Kommentarbereichen und schreibt eure Fragen los hier, Romaniacs? Los, los, los!